Es wird ein erstes nicht-öffentliches Treffen von wichtigen Politikern stattfinden. Der Grund ist Österreichs Wirtschaft. Auf Ex erklärte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, dass die schwarz-grüne Bundesregierung ein extrem sanierungsbedürftiges Budget hinterlassen habe. Zudem befürchtet er einen sozialen Kahlschlag im Zuge des Rezessionsjahres. Das explodierende Budgetdefizit dürfe nicht zu einem Sozialabbau führen. Die steigende Arbeitslosigkeit müsse verstärkt bekämpft werden. Ansätze, die der SPÖ demnach wohl auch bei den Sondierungsverhandlungen als Leitlinien dienen werden. Gleichzeitig überlegen die Parteien, wer in Zukunft Minister werden soll. Dabei suchen sie vor allem nach Fachleuten für die Bereiche Wirtschaft und Arbeit. Ein möglicher Kandidat wäre Sven Hergowich, der Chef der Sozialdemokraten in Niederösterreich.